Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 11. Mai 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1005. Und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. AirTags, Kirin 990, Qualcomm, Mediatek, Corning, Vivo und AGB. Ich beginne gleich bei den AirTags. Die gingen heute rum wie warme, wie hieß das nochmal, Semmel? Ja, die News ging rum, dass anscheinend Deutsche, waren es Sicherheitsforscher oder Hacker? Auf jeden Fall konnten sie vermeintlich die Apple AirTags hacken. Es sei anscheinend möglich, dass man die per NFC übergebene URL von den einzelnen Tags hacken kann, somit hacken, austauschen kann und da was Eigenes drauf machen. Eine andere Seite, irgendwas Spamiges und so weiter. Da bin ich mal gespannt, zum einen wie Apple drauf reagiert, ob es dazu einen Fix gibt und oder wie das der Hack schlussendlich dann funktioniert. Und ob das nicht auch wieder sowas ist, wo man dann vor Ort sitzen muss und solche Geschichten. Alles drum und dran. Wir dürfen gespannt sein und ich glaube, um die AirTags wird es noch einige Meldungen in dem Bereich Sicherheit etc. geben. Aber da werden wir garantiert in der nächsten Woche, sprich in dieser Woche, im Geek Talk, dem News-Format mit dem Achim und dem Mike in den Wörtchen oder zwei, drei sprechen. Dann gibt es Neuigkeiten zum Huawei Notebook. Das ist ein schönes, heisses Gerät, was ich schon seit, was ist das, dreiviertel Jahr mittlerweile im Einsatz habe bei mir, ist in einer neuen Version erschienen. Erschienen heisst, in China zumindest aufgetaucht, noch nicht im Verkauf, das Huawei 14, also Matebook 14, das anstatt mit einem AMD oder Intel-Chip jetzt mit einem Kirin 990 ausgelistet wurde. Kirin ist übrigens das Huawei-eigener Chip, den sie in ihren High-End-Smartphones verbauen. Die anderen Specs, ja, alles was man halt so drin hat, 8 Giga RAM, Speicherplatz, man hat Display, 2K-Auflösung etc. Beim Betriebssystem ist angegeben UOS. Das könnte darauf hinweisen, dass nicht nur ein eigener Chip drin ist in diesem Gerät, sondern auch das Harmony OS. Wir dürfen also gespannt sein, was da Huawei so zeigen wird. Dann gibt es Neuigkeiten zu Qualcomm, dem Prozessor, der in vielen eurer Smartphones drin ist, unter anderem in Sachen von Samsung, Google, LG, OnePlus und wen haben wir da noch? Xiaomi etc. Die machen da vor allem etwas und das ist die Mobilfunkverbindung, egal ob über 5G, 3G, 2G oder 4G. Und da gibt es jetzt eine Sicherheitslücke, die Qualcomm an die einzelnen Hersteller, die ich vorher genannt habe, schon im Dezember 2020 gemeldet hat. Die hatten jetzt die Möglichkeit, darauf einzugehen, da ein Update bereitzustellen. Man darf jetzt gespannt sein, wie lange das gehen wird. Laut Checkpoint, die das Ganze entdeckt hat oder besser gesagt mit entdeckt hat, die haben gesagt, dass solch ein Update meistens etwa ein Dreivierteljahr Entwicklung braucht. Das würde heissen, irgendwie bis in den Herbst hinein. Und dann natürlich auch noch die Hersteller, die dann da reagieren müssen. Mal schauen, wenn das gefixt ist, was können Angreifer, die die Schwachstelle ausnutzen? Sie können auf eurem Android reinkommen und einen bösartigen Code ausspielen, SMSen auslesen und Telefongespräche führen, Audio auslesen etc. Dazu gesellen sich unschöne Neuigkeiten für ebenfalls Qualcomm, nämlich Mediatek, der grösste Konkurrent oder einer der grösseren Konkurrenten. Im Chipfertigungsmarkt wird sie jetzt dann auch noch im Bereich der 5G-Chips überholen. Im mobilen Sektor hat Mediatek anscheinend Qualcomm schon überholt, zumindest nach Zahlen von Counterpoint Research. Die haben herausgefunden, dass eben mittlerweile mehr Qualcomm, eben nicht Qualcomm, mehr Mediatek-Prozessor im Umlauf sind als deren von Qualcomm. Zahlen belegen das 31 zu 37 Prozent, wenn man das ein bisschen genauer anschaut. Kommen dann noch 16 Prozent von Apple hinzu, die ja ihre eigenen Prozesse machen. Dann die 8 Prozent, welche Samsung selber machen. Und dann noch irgendwas High Silicon und Unisoc, genau. Und ein paar weitere Schnitzel, die da noch mit dabei sind. Wer die Zahlen ein bisschen genauer interessiert, daily.geektalk.ch, da findet ihr die ganzen Links dazu zum Nachlesen oder im Podcatcher eures Vertrauens. Schon seit vielen Jahren gibt Apple immer wieder mal, mindestens eins oder zweimal pro Jahr, Geld in Richtung Corning. Das ist einer ihrer Möglichkeiten, wie sie Arbeitsplätze in den Staaten sichern und oder ausbauen. Und das ist auch dieses Jahr wieder passiert. Zum einen haben sie schon mal über einen Fonds 450 Millionen Dollar in Richtung Corning geworfen. Und jetzt werfen sie nochmals 45 Millionen hinter nach. Das, um wie in jedem Jahr die Forschung in dem Bereich für die Apple iPhone und Apple Watch Displays voranzutreiben. Der letzte grosse Schritt waren ja die Keramic Shield Displays, welche bei den iPhone 12 Modellen zum Zuge gekommen sind. Und auch, um das Ganze auszubauen, dass man mehr Produktionsstättenmöglichkeiten bahnen hat. Dann dürfen wir mal gespannt sein, was da der nächste Schritt dann ist im kommenden iPhone 13, wenn es dann so heisst. Dann gibt es Neuigkeiten von Vivo. Vivo ist, wenn mich nicht alles täuscht, die Schwesterfirma quasi von Oppo, die ja unter BKM oder wie der Überdrüber-Firmentyp heisst, die haben gesagt, sie möchten jetzt auch drei Jahre Betriebssystem-Updates anbieten im Android. Also zumindest bei den höherpreisigen Geräten, also bei der Vivo X-Serie. Also nicht bei den schon draussen seienden, sondern den, die in Zukunft kommen. Und da merkt ihr schon das leichte Zögern und hin und her. Bis jetzt hat Vivo ziemlich versagt, was es anbelangt, weil die Updates, die sie bis jetzt versprochen haben, fernab von drei Jahren, haben sie bis jetzt nie wirklich einhalten können. Somit bin ich mal gespannt, ob sie es dann hier so schaffen. Machen tun sie das aus relativ einfachem Zweck, weil sie möchten natürlich in die Staaten und nach Europa kommen und hier mehr Smartphones verkaufen. Und das wollen sie erreichen durch eben genau dieses Versprechen. Samsung gibt hier selber drei, ich dachte mittlerweile sogar teilweise vier Jahre Updates. Und genau gleich hat vor kurzem HMD, das ist der Lizenznehmer, der die Marke Nokia aufgekauft hat und jetzt Nokia Smartphones fertigt, auch abgegradet auf diese drei Jahre. Zu guter Letzt gibt es noch verwirrende Neuigkeiten von Facebook. Irgendwann im Februar, möcht ihr euch noch erinnern, gab es diese Deadline. Man muss unbedingt die neuen AGBs akzeptieren, dass Zuckerberg weiterhin eure Nachrichten lesen darf. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das wurde dann wegen grossen Aufschrei und Abwanderung in Richtung Signal, Threma und Telegram etc. verschoben. Und zwar auf dem 15. Mai. Das wäre in fünf Tagen. Das heisst, schnell noch die Verträge unterzeichnen und sich mit Facebook respektive WhatsApp ins Bett legen. Oder dann eben doch nicht. Weil irgendwann hiess es mal, ja so 120 Tagen habt ihr dann doch noch Zeit und ja, wird noch alles funktionieren. Facebook hat jetzt verlauten lassen, dass das jetzt noch nicht endgültig sei vom 15. Und man halt einfach zwischendurch mal diese nervigen, möchtest du jetzt nicht unterschreiben, Meldung bekommt auf seinem Smartphone. Also, liebe Menschen da draussen, die noch nicht komplett gewechselt haben, ausharren, weiter ausruhen und wenn es dann wirklich soweit ist, wechseln. Ist das Beste, was ihr tun könnt, würde ich mal behaupten. Ja, das war es dann mit den heutigen Neuigkeiten, die ich für euch habe sammeln können. Euch einen schönen und erfolgreichen Start in den Tag und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.